Grüezi mit der Hand, heute haben wir eine Baustelle und zwar suchen wir für Es gibt jetzt keine Nachrichtensendung mehr, keine Angst, zack, boom.online brauchen wir Fragen, also dämliche Fragen oder einfach gute Fragen und ich versuche dann das zu beantworten und dann die besten Fragen, die wir nehmen zum beantworten, die kommen dann als Computerposter hören Dann wird es natürlich auch sehr interessant haben, Zebras eigentlich weisse oder schwarze Sträfe? Fischiger Geruch in Vagina Freundin will Schluss machen, ich auch, was sollen wir tun? Zum Glück gibt es Webseiten auf denen man ungehemmt alles fragen kann So eine Rubrik auf zack, boom.online für dämliche Fragen Also bitte schickt eure Fragen auf zack, boom.online Dann kann man sie einreichen, ihr könnt sie auch unten in den Kommentaren schreiben Ihr könnt sie auch anonym stellen, also es muss nicht einer sein Zum Beispiel eine Frage, die mir immer im Kopf rumgegeben ist Wann wird das Heu geschnitten? Schickt mir eure Fragen, das wäre ganz toll, wenn wir hier eine gute Sammlung zusammen bekommen.